Ein Tee? Muss er jedem zahlen, wie war das? Jugend gewandert ne heftige Runde Ja ne, pro Backup ein Tee oder wie? Ja, warte Das heißt dann zahlt Lukas unter dir jetzt für jedem zwei Tee Hey wieso man? Ja für jede Backup die man findet muss man ein Tee zahlen an die anderen Wann wurde der denn entschieden? Oh schon damals als wir gekartet haben Ist so Null Felix sagt einfach ist so Ja weil er dann Geld von dir kriegt Genau Money Junge Money in the Bank Junge Loot Loot Loot, Loot dich toot Loot Junge Hör mal vor wir würden in echt so Karten so in real life und wir hätten dann noch so Diggis Ja warte blau was Und überall Special Effects und so und ich selber sehe gar nichts Lootig geil Was ist echt kacke Da steht noch eins ohne angehettet Ich würd's so Chimera-Mon-Style machen Ich würd mal mein eigenes Digimon so kreieren Boom, schlafen wir noch locker Ja nö Hab ich doch Ne weißt du wie lange das noch dauert? Acht Boxen noch Ja Ja Ach warte Ach warte Ach warte Ach warte Ja ist auch so Bei Furious Claw WM Hau mal weg die Scheiße hier War das meine? Ne ne? Ne Ach gut So ich hab Ich kann nicht mal mehr einen angreifen alter überall wo ich hingestirbt ist Oh Die Trenn hin und her alle sterben Na Das war wohl nix Auf der so viel Satz mit x Dat war wohl nix Ihr Pille-Männer Satz mit x Laser Laser Let me take a laser Ja Ich würd gern so nen Skill Atomic Bomb oder so Und schmeißt du so nen Nuke Auf die Digimon Und dann sind die alle so verstrahlt Und sterben alle an Organversagen Und deine Teammates auch oder wie Was ist das für einer ey Guck mal wieso wird der mit seinen Host hier rumgehen Mit seinen Freunden Klar Mach ich mit meiner Katze auch nicht anders Ja Deine Katze steckst du mit dem Kopf im Klo und ziehst ab ne Ja Mach ich mit dir doch auch Ja Ist das eine Katze? Ok Naja Aber der darf nicht ins Bett Oder auf die Couch Ja will ich auch nicht Doch der wollte mal drauf aber Hat er direkt eine hinter die Ohren gekriegt mit dem Metallkocher dafür Achso ich dachte schon mit dem Fuß einfach gegen die Wand getreten Ja das kam dann immer nachher Ja das war noch zusätzlich Und dann mit nem Schweif an die Wand getöckert Nagelt Getöckert Ne 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 Jetzt bin ich dran oder war das Stens gerade? Ja stimmt Oh vorletzte Karte Alter Und dann kommt nochmal 10 Ne ne Dann ist over and out für mich Alter Dann geht der schon im Bett dann ist der schon müde der kleiner Ne 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 dann wank ich nur erstmal eine Und dann gehe ich im Bett Und dann gehe ich im Bett Boah denkst du ich schaffe morgen die 22 Subscribers alter? Nein Doch doch Nein ich schaffe das nicht Wie war das? Morgen frei oder wie? Ja ja Ah das erklärt uns warum die jetzt auch da sind Muss ja auch mal sein Ja ist klar Muss mal sein Mein 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 Hups Hups sagt der Sagt der einfach Hups 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 Hup 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 Das ist mal alles was Amir jetzt geändert wird wieder zurück ändern Hup 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 schon wieder angehüttelt, also schon wieder neuer, ne? Achso, klar. Ja dann. Ja ja, guck auf die Zeit. Was soll in dem Sinne 3? Ja freulich. Ja mei. Dude, wer, 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 wer denn da die ganze Zeit bei Diekmone? Keiner? Ja du da, sonst würden die ja nicht kommen. Ja du bist du. Ja du bist du. Ja du bist du. Ja du bist du, du bist du mit nem zweiten Account. Der rennt die ganze Zeit dahin. Loi. Schnell. Der Bastard ist hier. Der Bastard. Er nennt seinen Gaboman XX, Alter. Boah wie kann man so Doom sein? Doom. Muss man dafür sein. Doom. Doom. D-O-O-M. Boah jetzt einfach voice chat, voice chat anmachen und dann ey verpiss dich du mal so. So ist er weg? Du. Ja noch nicht, der schüttert noch. Definitiv. Kommt wieder zurück. Der will stehlen, der will stehlen der Typ. Als ob welchen Level ist der Gaboman? Das ist egal, der schafft es trotzdem. Ok go. So, ich glaube ich jetzt kriege es hin ne? Jo. Ist ja nicht meine, ist ja nicht meine Karte. Hats Maul. Das ist ja immer doll. Ich schreib den jetzt an. Ne, komm zurück, komm zurück. Die hat Stefan teuer bezahlt, ja? Die hat Stenz. Die hat der gefarmt, alter. Ja. Zwei Jahre hat er die im Inventar nie benutzt. Ne, und da haben wir's teuer bezahlt. Das wirst du teuer bezahlen? Ja, so hat er die sich hier geholt, ey. Quatsch. Wird er teuer bezahlen? Ja. Ich hab jetzt genau 700 Chicken Combos. Oder? Ja. Ich hab ein paar mehr. Mama, du hattest eh auch schon bei euch ab. Jo. 1,3,3,3. Du 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 du. Kannst du 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 »Le De 거예요, Du DuA burger, derская Firma Der 10. Ja, also. Ich war schon draußen, dann um 10 Uhr wieder nach Hause gelaufen. Boah, ich war gestern das letzte Mal draußen. Wollte noch gestern. Ja, ich wollte... Ich muss ein Klimanleih anbauen. Was? Wer jointen unseren Channel um die Uhrzeit? Hallo. Ahoy. Hallo. Ach, der ist auch noch da. Ja, moin. Ich bin eben... Wenn ich fern oder frei habe, bin ich immer lange unten. Lange. Kommt der mitten in die Aufnahme, ey. Mitten in die Aufnahme. Aber du hast ja noch nicht mal hier erzählt. Du hättest auch nicht gesagt, dass das hier in der Aufnahme ist. Also steht nirgendwo. Ist doch jetzt eh letzte Karte. Ich mein, René ist auch hier. War noch nicht die letzte Karte. Doch. Jetzt kommt die letzte. Jetzt kommt die letzte. Du scheinst ja verrückt zu sein. Last card für alle jetzt. Letzte Karte für alle. Und dann hat Stefan noch 30 oder so, ne? Ja, und ich krieg ne Behind-Karte. Ich krieg ne Behind-Karte. Eine Behind-Karte. Finde ich jetzt gleich wieder gut. Finde ich nicht. Stefan und ich kriegen jetzt nochmal gleich zwei richtig große, ne? Ja. Ich auch noch, Alter. Ich krieg auch noch eine. Du kannst auch so ne kleine Behind-Karte. Halt dein Maul jetzt da hinten. Ja, nö. Da muss ich gleich noch Transporter ziehen. Und dann nicht kann. Was für ein Unglang hier ist, ey, Leute. Ja, alles so Noobs. Paschama. Soll ich gleich schon... Gleich schon, ähm... Klonen? Mach du. Ah, mach ich lieber morgen oder so. Also, heute Mittag. Heute Mittag. Ja, der wird dann nicht mehr so verpeilt. Und dann nimmt er außerdem keine Backups und so. Weil jetzt würde er keine Backups verwenden. Ja, ich krieg jetzt ne Full-Karte. Ja, nö. Aber erst versuchte der kleine Karte mal da. Ja, er looten. Ja gut, war dann die letzte Karte, ne? Nächste erste. Jawohl, ich krieg auch ne 3. Ja, ha, ha, ha. Ja, gut, voll-Karte. Dann kriegt der René ja auch eine. Nee, irgendwie ja nicht. Ja, doch. Gemei, nächste. Ja, feierlich. Was macht denn der Chris überhaupt? Ah, ich? Ähm, ich... Nee, ich mein den Chris. Geh jetzt level. Ich feier den Chris. Jo. Ah, nee. Oh, Junge. Was levelst du denn? Mein einziges Ding, was ich haue, Renamon. Renamon. Renamon, 4 von 5, 5 von 5, was? 3 von 5? Level... Level der Starter bis... Bis zu Level 100. Nein, danke. So, mein Starter ist Level 8? Das ist übrigens Stens. Die lebende Legende. Naja, der alte Hase. Der alte Sack. Der alte Sack, ey. Der ist schon 40 plus, ey. Was du laberst. Was du laberst. So, da... Das ist so ein... ...richtiger... ...Gill-Fanter. So, richtiger Müll-Fanter? Gill-Fanter. Achso, Gill-Fanter auch noch. Der steht schon auf die Sorte von Menschen. Ah, das erklärt einiges. Richtiger alte Sau, ey. Der bestellt sich immer aus Japan, benutzt es Tangas. Ah, okay. Benutzt es? Benutzt es. Er hat der Typ eigentlich noch mal irgendwann geantwortet, als ich geschrieben hab, das ist ein Projekt. Der ist auch ein Gerudermann, ne, von mir. Mhm. Seitdem hab ich ja schon mal ein Disconnect gehabt. Boah, da hab ich ja viel zu schneiden, nachher ohne Witz. Neppend. Was war dat denn da gerade? Da war ein Gegner hier. Dat war ein Gegner. Ein Gegnerz. Wo sind die Gegnerz? Ich bin so klug. K-L-U-K. Klöcke. Also K-L-U-K. Stenz ist so kug. Na, fuck. Stenz ist so klug. K-L-U-K. So richtig geil. Ey, hier ist noch ein Chicken. Hier ist noch voll viel. Hier noch alles. Rupft das Hühnchen. Rupft das Hühnchen. Tollalalala. So, jetzt kommt die letzte Karte für heute. Eigentlich hab ich da auch noch eine. Ja, du bist da jetzt dran. Du bist jetzt da. Achso, da war ja was. Richtiger Genius. Richtiger Genius, ey. Na gut, er kriegt natürlich ne kleine Karte. Hm, genau so wie ich. Ja, ihr seid wieder hier die Opfer. Ihr wollt's wieder... Ey, okay, eine spawn ich dann auch noch. Aber die geht ganz schnell durch. Nee, ich mach jetzt noch der Karte die Aufnahme aus. Diabora, Mann. Monsterkarte. Bosskarte. Und dann geh ich pennen. Kannst du noch gar nicht beschwören? Klar, Junge. Mit Thema 46 kann ich die beschwören. Ja. Ja, und was heißt der? Du sagst ein 30. Ey, ich hab 99. Thema Stenz. Ja, komm. Ja, ja, ja. Okay. Der macht das schon. Immer diese Ausreden, ey. Boah, gleich wank ich noch, Alter. Dann guck ich den Film zu Ende. Ach, scheiße. Christen ist ja hier. Das wollt aber keiner wissen, Junge. Hey. Du hast mich doch vorhin noch gefragt. Aber nicht, dass du wank sein. Klar. Du wolltest doch, dass ich ein Video mach, so Livestream-mäßig. Ja, ist klar. So, und jetzt würde ich sagen, dort war es mit Karten heute, meine lieben Freunde. Tschüss. Haut da rein.